Herzlich willkommen im Metaversum und wahrscheinlich auch herzlich willkommen an einige Zuschauer, die vom Kanal der Klemmbaustein-Lyrik jetzt hier rübergekommen sind, weil da hatte ich nämlich schon darüber erzählt, dass sich einiges im Metaversum gerade tut, nämlich insbesondere Geld ausgegeben wird von den Vorjahrenden Zeroni und Lego. Die haben nämlich jeweils eine Milliarde der guten Firma Epic Games versprochen und diese Firma ist unter anderem ja für Fortnite bekannt. Nicht, damit sie noch mehr Fortnite macht, sondern damit sie, nämlich diese Firmen Sony und Lego, einen guten Start im Metaversum haben und deswegen habe ich auf der Klemmbaustein-Lyrik auf dem Kanal schon ein bisschen was dazu erzählt. Habe auch gesagt, komm doch mal rüber, weil hier sind wir ein bisschen im Metaversum. Nein, sind wir nicht. Das, was wir hier sehen, ist einfach nur eine andere Art der Präsentation, nämlich ein VR-180-Video in 3D. Was, wenn der YouTube-Zuschauer hier reinguckt, eigentlich sich nur dann äußert, dass er ein bisschen im Bild hin und her scrollen kann, nach unten gucken kann, so kann ich ihm was zeigen und dann wieder hochgucken kann, wenn er sagt, oh Mensch, den würde ich mir doch nochmal angucken, wer da gerade spricht und ein bisschen drumherum sieht. Wie sitze ich denn hier? Wo sind meine Leuchten? Man hat hier so ein bisschen Hintergrund, wo hat er aufgeräumt, wo hat er nicht aufgeräumt, stehen da irgendwelche Sets, die er nicht hätte zeigen dürfen und so weiter und so fort. Aber es ist noch keinerlei Interaktion da, es ist eben noch nicht das neue Internet, das Metaversum. Ich will jetzt nicht nochmal wieder alles aufkauen, ich will es nur ganz kurz nochmal einführen, worum geht es und weshalb rede ich jetzt hier nochmal darüber, weil ich so ein paar tiefergehende Informationen nochmal geben will. Das Metaversum selber ist nicht eine Erfindung von Facebook, also Mark Zuckerberg hat es nicht erfunden, er hat sich nur draufgesetzt auf das Thema und sagt, er will auch nicht das Metaversum dann präsentieren, sondern, also die Facebook soll zum Metaversum werden, sondern er will nur die Technik bereitstellen. Naja, da wollen wir mal schauen, was er sich da wirklich bei denkt. Der Begriff kommt von Neil Stephenson aus seinem Roman Snow Crash von 1992. Da kann man das Ganze dann nochmal nachlesen. Und die Idee hinter dem Multiversum ist, dass es eben mehr ist, also es ist irgendwie die Summe aus allem. Und zwar eben Internet, hat auch ein bisschen was zu tun, aber es ist vor allem auch Online-Offline-Welt verschmolzen. Das heißt, wir haben VR, das, was wir mit solchen Brillen zum Beispiel erleben, die setzen wir auf und dann können wir in einer virtuellen Welt, wie bei Second Life, so ein bisschen rumgucken. Das war bisher noch nie so ein großer Erfolg. Second Life war auch so ein Rohrkrepierer, war noch nicht mit solchen Brillen, aber trotzdem, das war ein ganz großer Hype für ein paar Wochen und dann war es komplett wieder weg. Also die Idee, eine wirkliche zweite Welt zu haben, wo man mit seinem Avatar rumläuft, auch sogar Sex hat. Und solche Sachen wie, ja natürlich wirtschaftlich da aktiv wird, was kauft, Grundstücke kauft, was erbaut. Das hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Auch Sony ist auf die Schnauze gefallen, nämlich mit Playstation Home. Auch die hatten ihre eigene VR-Brille. Da kommt wahrscheinlich nächstes Jahr eine neue, viel bessere. Die wollen es also nochmal wissen. Aber mit ihrer alten hatten sie auch die Idee, wir machen hier so eine eigene Playstation-Welt, virtuelle Art. Hat überhaupt keinen interessiert, keiner hat eingeschaltet. Das liegt natürlich auch daran, dass die Dinger immer noch klobig sind. Dann gibt man als Brillenträger, da ist irgendwie ständig irgendwie bei mir zumindest, dass es sie dann beschlägt, dass man schwitzt da drunter. Es ist eben nicht so cool und einfach, einfach wie eine normale Brille aufzusetzen. Und man muss sich den Weg noch freiräumen, wenn man da im virtuellen Welt so ein bisschen rumlaufen kann. Aber das wäre ein Teil. Das zweite ist AR, Augmented Reality. Das heißt Brillen, die mich nicht abschotten von der Welt, sondern die Welt mit einbinden. Die also mir zeigen, guck mal, da ist der Kölner Dom. Oder da kannst du gut einkaufen. Oder guck mal, hier ist eine SMS für dich. Oder WhatsApp. Und so weiter und so fort, dass mir das eingeblendet wird. Einfach auf die Brille sozusagen. Ich sehe die normale Welt, aber ich sehe eben auch noch was Virtuelles dazu. Und all das, dass man miteinander kooperiert, miteinander zum Beispiel nicht nur Videokonferenzen macht, sondern sich fühlt, als wenn man in einem Raum ist, um miteinander zu sprechen. All das soll das Metaversum werden. Und wenn man so hört, soll so werden. Ist meistens ein Hinweis darauf, ist eben noch nicht so. Und genau so ist es. Da ist jetzt viel Marketing, viel heiße Luft, viel, man könnte ja, es könnte ja der ganz große Wurf werden, der kommt. Man muss es aber sagen, es ist eben noch nicht so weit. Und das liegt auch daran, dass zum Beispiel die Hardware noch nicht so weit ist. Hier sieht man immer noch Pixel. Und da hat sich noch nicht so richtig viel weit getan. Das liegt auch daran, dass da leistungsmäßig, wenn man das wirklich so will, dass man sich wie auf dem Holodeck fühlt, da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und das ist eben nicht nur irgendwie, warum macht ihr nicht mehr Pixel? Nee, da muss ja auch die Leistungsfähigkeit der Geräte hinter stehen. Das hier sind zum Beispiel schon 8K. Da ist aber auch viel Luft nach oben. Und da ist auch schon seit vielen Jahren quasi nicht mehr viel gekommen, was so zwei, drei Jahre, was so solche 360-Grad-Kameras angeht. Auch das, was wir hier sehen, das ist mit einer Canon R5 plus einem Objektiv für VR aufgenommen mit 8K. Da kommt mein bester Rechner gerade an seine kompletten Grenzen. Ich kann das nicht mehr flüssig schneiden, trotzdem nicht. Obwohl das der neueste Intel ist und so weiter und so fort. Und dann kann das natürlich auch so eine Brille noch nicht so einfach dann verarbeiten vielleicht, damit das wirklich so cool alles aussieht, als wenn das wirklich virtuell wäre, ohne Ruckeln und so weiter und so fort. Und ohne Pixel, ohne Fliegengitter, was man da sieht. Also, man merkt, die Technik ist, das ist noch so eine Verheißung, die da kommt. Und weshalb ich jetzt hier nochmal drüber reden möchte, sind zwei Dinge. Zum einen, es gibt schon ein Manifest, was das Metaversum denn ist. Und das, was man natürlich hofft, ist, dass das, was Apple vielleicht in ein, zwei Jahren dann auf den Markt bringt, dann dieses Metaversum auch richtig zum Laufen bringt. Ja, das ist, glaube ich, der große Hoffnungsschimmer. Weil die es ja mit dem iPhone auch schon geschafft haben, das Internet in tragbarer Form zu revolutionieren. Dann sollen sie bitte jetzt das auch machen. Haben sie natürlich auch noch nicht offiziell angekündigt, aber gerüchteweise weiß man, da kommt was. Aber erst mal sehr teuer und ob das nachher dann wirklich das ist, was die Bevölkerung will, muss man sehen. Aber hören wir mal kurz zu. Was sind denn die Regeln? Es gibt nur ein Metaversum. Also, die Idee ist nicht, irgendwie ein Anbieter wie Google und Facebook haben so ihre Metaversen. Ein Second Life von der Firma, dann der nächste Epic hat dann eben Fortnite VR oder was weiß ich. Nein, es ist sozusagen ein Metaversum, wie es das Internet ja auch nicht nur von einem gibt, sondern es ist sozusagen was Übergreifendes über alles. Genau. Guck mal, hier ist so Hand. Das ist so früher, als man 3D im Kino das erste Mal hatte. Boah, er greift mich. Egal. Zweite Regel. Das Metaversum ist jedermann zugänglich. Ja, das ist so natürlich eine Frage nachher. Ist es vielleicht doch nicht für jeden zugänglich? Man wünscht es sich, aber ist eine Preisfrage vielleicht auch. Regel Nummer 3, niemand kontrolliert das Metaversum. Richtig, so wäre es schön. Natürlich werden es doch Firmen dahinter stehen, deren bessere, irgendjemand muss die Billenbrillen produzieren. Irgendjemand muss die Infrastruktur bereithalten. Alle diese Firmen wollen da wahrscheinlich auch mit Geld verdienen. Also werden sie auch irgendwelche Kontrollen ausüben, vielleicht irgendwelche Vorteile bieten. Wenn diese Firma dieses über meinen Dienst anbietet, so wie es jetzt auch schon die Telekom macht, dann kriegen meine Kunden das etwas günstiger. Die Firma kriegt dafür Geld und damit sind andere plötzlich so ein bisschen ausgeschlossen. Was mit Amazon. Die machen ja auch nicht, alle können alles. Sondern das ist auch eine Geldfrage teilweise, was da passiert. Außerdem Kontrolle. Deswegen auch hier kurz ein kleiner Einschub. Das, was das Metaversum natürlich auch ist, ist eigentlich eine wahnsinnig riesige Überwachungsmaschine. Theoretisch. In der normalen Welt muss man dafür Kameras aufhängen. Man muss jemanden dahin stellen, der was beobachtet. Oder muss irgendwelche Systeme haben, was heute nicht mehr so groß aufwendig ist. Aber man muss irgendwas installieren und hoffen, dass die Leute es nicht sehen, um sie zu überwachen. Und zu Hause, wenn da nicht gerade Alexa steht, dann ist da auch nichts mit Überwachung. Alexa macht das natürlich auch nicht. Na aber, das hilft trotzdem natürlich im Metaversum nichts. Weil, wie beim Internet normal auch, da kann alles in Daten und alle Daten können von irgendjemandem ausgewertet werden. Er darf es in der Regel nicht. Das ist das Spannende natürlich beim Datenschutzrecht jetzt dort. Wie wird man das datenschutzrechtlich alles lösen? Also, ja, man wird sicherlich erstmal die allgemeinen Gesetze verwenden. Und dann ist natürlich keiner kontrolliert das Metaversum. Es gibt nicht einen Anbieter. Das ist dann so ein bisschen aus Datenschutzsicht schon schwierig, weil da brauchen wir eine verantwortliche Stelle. Jemanden, der sozusagen die Daten verarbeitet. Das wird man aber finden. Also, es wird Provider geben. Es wird jemanden geben, wo ich mich einbinde. Es gibt Diensteanbieter, die ich dann nutze. Und dann sind das die Anbieter. Oder man stellt vielleicht auch ab. Das ist auch in der DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, teilweise abgebildet. Und wenn ich denn keinen hier in Europa habe, der was anbietet, dann kommt es auch darauf an, dass derjenige hier, der Betroffene hier dann in Europa sitzt. Dann kann das so sein, dass dann die DSGVO auch natürlich für ein japanisches oder amerikanisches Unternehmen gilt, selbst wenn die hier nichts haben. Na, gerät nur kurzer Sinn. Man wird da schon jemanden finden, der da verantwortlich ist. Und der wird sich an die DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, halten müssen. Nur kriegt man es mit. Also, das gilt natürlich auch heute schon für Facebook, Google und so weiter. Und da ist ja nicht alles so, dass man sagt, das ist alles großartig bisher gemacht. Und das heißt, da wird viel passieren. Und da wird sicherlich auch viel versucht werden, rauszubekommen, was machen die Leute. Und das geht ja richtig tief. Also, ich kann plötzlich feststellen, lächelt jemand oder nicht. Weil ich ja das auswerte in der Regel durch die Brille. Ich will ja gerade Interaktion in diesem Metaversum. Also, nicht dieses stupide, ja, nur Bilder einblenden, wie man es heute bei Homeoffice hat und solchen Videos. Nein, ich will gerne, dass das richtig in Interaktion übergeht. Ich will lächeln. Ich will näher kommen, jemandem weggehen. Mit dem richtig, also auch verbal nicht nur, sondern auch emotional kommunizieren. Und das wird natürlich erfasst von Sensoren. Diese Sensoren erzeugen Daten und diese Daten werden ausgewertet. Einmal für das, was ich will und, ja, wer weiß, was da noch alles verwendet wird. Vielleicht kann man alles Mögliche feststellen. Da stellt man dann, was weiß ich, ein neues Produkt von Apple hin, lächle ich oder gucke ich angewidert oder reagiere ich gar nicht. Da kann man so viele Daten gewinnen. Das ist schon etwas der Traum aller Leute, die irgendwie Geld verdienen wollen, weil sie mit ihren Kunden plötzlich komplett alles wissen könnten. Und da einen Riegel vorzuschieben, das wird die ganz große Herausforderung, das wird auch der rechtliche Spaß sicherlich werden, weil die DSGVO das zwar auf dem Internetbereich durch das Telemedienrecht, was wir daraus ja auch haben, nach dazu eine Verordnung, die es dazu gibt, das zwar ein bisschen jetzt mit Cookies und Einwilligung ein bisschen alles besser geregelt haben, aber das erfasst natürlich noch nicht diese komplette Welt, die da plötzlich aufgebaut wird. Da muss man wahrscheinlich nochmal an die Gesetze ran. Aber dann ist nicht komplett gesetzesfrei. Es ist nur wahrscheinlich nachher auch in der Praxis die Problematik, kriegt man es mit, kann man es überwachen, also die Überwachung überwachen, sprich kann man da einen Riegel vorschieben oder kriegt einfach keiner was mit, weil diese Daten irgendwo rumwabern, keiner so richtig weiß, wer da jetzt kontrollieren soll und es auch nicht dann mehr tut. Gut, das wird die Herausforderung, im Zweifel nicht die Gesetze, sondern die Gesetze zu kontrollieren. Ja, das sozusagen als Einschub. Was haben wir noch, Regel 4, das Metaversum ist offen. Ja, also keine Bevorzugung, jeder darf da rein. Regel 5, das Metaversum ist unabhängig von einer Hardware, so die Idee. Es soll also nicht eben nur auf der Oculus laufen, von Facebook, von Meta, sondern auch auf allen anderen Systemen. Ja, das ist natürlich auch eine Frage, wenn das Apple wirklich, das sollte Apple natürlich so umsetzen, aber die wollen natürlich auch ihr Geld gewinnen wieder, das ist das Problem an der Geschichte. Wie kompatibel kann man das wirklich hinkriegen? Bisher haben wir das in ganz vielen, also die DSGVO sogar, Datenschutz-Grundverordnung, schreibt vor, dass ich Interoperabilität habe, dass ich mit meinen Daten von einem Dienst zum anderen umziehen kann. Heeres Ziel, aber bisher, glaube ich, so gut wie nicht wirklich in der Realität angekommen, obwohl das Gesetz es vorschreibt. Also ja, schön, hier ist noch nicht mehr Gesetz, das ist so heere Regeln. Sechste Regel, das Metaversum ist ein Netzwerk. Ja, okay, da können wir uns drauf einigen. Und siebte Regel, das Metaversum ist das Internet. Gut, das ist jetzt eine wörtliche Definition, wie man das jetzt machen will, aber das heißt, das Internet gehört dann natürlich eben, ist ein Teil vielleicht des Ganzen, ist das Internet. Ja, aber eben mit viel Drumherum und viel Hoffnung, viel Gehirnspielerei und viel Fiction. Wir sehen da natürlich auch Filme, so irgendwelche Endzeitfilme, wo Leute nur noch solche Brillen aufhaben, Matrix-mäßig, das wollen wir natürlich auch nicht. Wir sehen, ja, hoffnungsvoll ist natürlich, dass einfach so eine Videokonferenz im Homeoffice dann ein bisschen interessanter wird und man da eben nicht nur sitzt. Andererseits, ja, vielleicht will man dann sich auch mal einen Kaffee holen und kann dann die Kamera abschalten. Wie ist es im Metaversum? Alles Fragen, die wir noch zu klären haben, wahrscheinlich. Mal sehen, habe ich alles erzählt? Ja, ich glaube, das sozusagen als kleine Einführung. Technisch, wie gesagt, ist da aber noch sehr viel Luft und ich bin sehr gespannt, was kommt. Es sollen bessere Brillen kommen, ob dann wirklich irgendwann der Effekt entsteht, dass man nicht mehr Pixel sieht. Ich muss zugeben, es ist schon, deswegen bin ich ja so fasziniert, die Sachen zu produzieren, diese Sachen zu machen. Es ist schon cool, sich in diese virtuellen Welten zu begeben und man kann sich darin auch verlieren, trotz der Pixel. Also man kann das auch, finde ich, ein bisschen abblenden für sich selber. Und es ist auch cool, sowas zu produzieren, 360-Grad-Videos. Also man sieht zwar beim Filmen nur nach vorne, aber dann kann man nachher beim Gucken nochmal gucken, ach, was war eigentlich hinter mir los und was ist so drumherum. Und man fühlt sich viel mehr in der Welt drin, als es beim normalen Foto oder Video der Fall ist. Also das ist schon cool. Und das ist etwas, was wahrscheinlich, wenn es erstmal richtig praktikabel ist mit solchen Sachen, dann auch etwas, was dann auch sicherlich einschlagen kann, aber nicht muss. Das ist natürlich auch so eine Frage. Vielleicht sind die Leute einfach zu fliegel, zu sagen, ja, brauche ich auch nicht. Und alle finden es faszinierend, es einmal zu machen, aber nach einer Woche oder einem Monat vielleicht dann eben nicht mehr. Und dann ist das Ding natürlich auch wieder tot. Wie Second Life nach einem Monat auch tot war. So schnell kann es dann ja eben auch gehen. Ja, rechtlich hatte ich schon gesagt, da kommen dann auch neue Herausforderungen, die wir dann zu machen haben. Technisch auch, was die Produktion von solchen Sachen angeht. Wer sich dafür interessiert noch, ich habe selber einen Kanal, ich habe es auf dem Klemmbaustein-Dürr-Kanal auch erzählt. Kaulius VR, wer will, kann jetzt der sechste Abonnent werden. Da zeige ich mit dem Projekt minus Zeitreise.de. Das ist eine Webseite. Das ist die Idee, dass man nicht Spannendes zeigt, irgendwie große Verfolgungsjachten, sondern sozusagen quasi die Bank, die Sitzbank im Internet. Man setzt sie einfach hin und kann auf die Förde gucken, eine Viertelstunde. Passiert nichts, kommt mal ein Schiff vorbei, aber man hat quasi die gefühlte Zeitreise. Das ist die Idee. An dem Tag, so wie ich es aufgenommen habe, an dem Tag sitzt man da und kann sich umgucken. Entspannt sehen, wie lebt denn die Leute im April 2022 in Kiel am Wasser und man kann dann gucken. So die Idee bei diesem Projekt. Mal sehen, da werde ich noch viele andere Videos hoffentlich produzieren, aber eben nichts Spannendes, sondern immer nur zum Relaxen. Und das Relaxen kann nur klappen, wenn diese Brillen hier deutlich einfacher werden. Es gibt von HTC schon die Flow, die hat aber noch andere Kinderkrankheiten, die deutlich einfacher aufzusetzen ist. Also wenn das kommt, habe ich vielleicht mit meinem Projekt auch mal Erfolg damit. Jo, deswegen, aber trotzdem war es das für heute. Wir sehen und hören uns dann hier auf diesem Kanal auch mit anderen Themen. Drohnen, VR wird uns weiter beschäftigen. Vielleicht erzähle ich auch noch mal ein bisschen was, wie dies produziert ist, was dahinter sich so verbirgt technisch. Was diese ganzen Kameras so für Vor- und Nachteile haben. Was man heute vielleicht mit dem Vetaversum schon technisch, wenn man selber dafür produzieren will, anfangen kann. All das vielleicht demnächst hier. Schreibt gerne in die Kommentare. Ansonsten Klemmbaustein-Lyrik, Kaulius-VR, Projektzeitreise.de, Feierabend. Und tschüss. Metaversum.